Liebes Christkind, entschuldige die Störung, ich muss dir was ganz, ganz Wichtiges sagen. Letztes Mal sind viele Geschenke in Mistkübel gelandet, aber von den Verpackungen rede ich ja gar nicht. Ich gebe dir ein wenig Zeit zum Nachdenken, dass du was Sinnvolles findest. Zeit nehmen ist cool, oder? Da falle ich meinen Glattgeschenke ein, die brauchbar sind, ohne Müll. Aber wenn dir nichts einfällt, frag einfach meine Mama, weil die ist Abfallberaterin und kennt sich aus beim Schenken, ohne Müll. Also frohe Weihnacht, liebes Christkind!